Dürfen wir vorstellen, hier kommt die neun Monate alte Hündin Bela. Bela wurde mit nur einem Monat in einer Mülltonne gefunden. Die tierliebe Frau, die sie gefunden hatte, hatte sie einige Monate bei sich aufgezogen, damit sie nicht in staatliche Schelter musste und konnte dann zu uns auf die Pfötchenform ziehen. Und bei uns stellte sie sich als zarte, liebevolle Hündin heraus, die es liebt, von Menschen gekrault zu werden und offen auf alle zugeht. Bela ist alterstypisch verspielt, hat jedoch auch eine ruhige Seite. Und vor allem ist sie verträglich mit Artgenossen. Zu gemeinsamen Spielstunden sagt sie nie nein. Die verträgliche sanfte Hündin sucht nun ihr für immer zu Hause, bei einer Familie, die bereit ist, ihr das Welpen-1x1 noch beizubringen und die Welt zu zeigen. Durch ihre verschmuste und freundliche Seite zaubert sie jedem ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn du dich jetzt verliebt hast, dann melde dich gerne. Den Link zu Bela findest du in der Videobeschreibung.